Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von ACH. Heute eine Sonderfolge, denn wir haben hier im Studio, virtuell in der Cloud, eingeladen den Björn. Hallo Björn. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr schön, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und du betreibst selbst einen Podcast namens... Right, das ist Hobbyquerschnitt. Und worum geht's denn da? Ich podcaste über mein Leben als Rollstuhlfahrer, weil ich hab so ein Blechhintern und fahr damit durch die Gegend und dachte, darüber könnte ich mal einen Podcast machen, weil ich auf der Suche war nach einem und keinen gefunden hab und da dachte ich, mach mal selbst. Okay, super. Wo finden dich Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt Lust haben, da mal reinzuhören? Oh, ich glaube, im Podcatcher deiner Wahl. Ich glaube, ich bin auf iTunes zu finden. Bei food.de kann man mich finden und auf meiner Webseite kann man mich natürlich auch finden unter www.hobbyquerschnitt.de. Magst du kurz erklären, was es mit dem Namen auf sich hat? Also ich als langjähriger Hörer deines Podcasts weiß ich es natürlich, aber vielleicht fragen sich jetzt unsere Zuhörer da draußen, Hobbyquerschnitt, was bedeutet das denn? Ja, okay. Ja, also ich bin Querschnitts gelebt seit fünf Jahren inzwischen. Ich hatte so ein bisschen Pech bei so einem Arztbesuch, dem hat mir eine Spritze in den Rücken gejagt und die war nicht so gut. Dann bin ich dann irgendwann aufgewacht und naja, gut, war dann halt ein Querschnitt. Ich bin aber noch in der Lage, auf Toilette zu gehen, was für viele Querschnitte nicht mehr möglich ist. Und da hat dann eine Physiotherapeutin zu mir gesagt so, ach Mensch, dann bist du ja nur ein Hobbyquerschnitt, wenn du noch auf Toilette gehen kannst. Also ich kann tatsächlich auch noch ein paar Schritte laufen und ja, so ist der Name zustande gekommen und ich dachte irgendwie, ja irgendwie lustig und der schwarze Humor steht mir irgendwie und dann habe ich den genommen. Die kannte dich aber vorher schon, oder? Oder hat die einfach mal so einen Spruch auf gut glücklos gelassen? Ehrlich gesagt kannte die mich nicht. Ah, die ist ja drauf. Ich finde es aber ganz cool, weil das ist glaube ich auch, das hört man glaube ich auch ganz gut, wenn man in deinen Podcast reinhört und deswegen höre ich da auch wirklich gerne ab und zu rein. Du versuchst dir das irgendwie nicht, nicht irgendwie zu nahe gehen zu lassen oder nicht irgendwie das Leben vermiesen zu lassen dadurch, ne? Also du bist ziemlich aktiv. Ja, ja, du hast völlig recht, ich habe, naja wie vor fünf Jahren, da war ich irgendwie 48 oder 49 oder so, also quasi in der Blüte meines Lebens und hatte daneben halt dieses Pech sozusagen und wir wollten uns aber, also meine Frau und ich, wir haben dann gesagt, wir wollen uns davon nicht das Leben kaputt machen lassen und ja, haben wir auch nicht. Also wir leben ganz anders als vorher, aber nicht schlechter. Ja, also ich glaube da kann man sich auf jeden Fall, da kann sich auf jeden Fall jeder was mitnehmen aus dem Podcast, das finde ich ganz, ganz spannend. Also nicht nur, da wendet sich glaube ich auch sowieso nicht nur an Rollstuhlfahrer, sondern da steckt glaube ich echt viel mehr drin. Ja, die, ähm, tatsächlich so, dass, ähm, ich auf dem, äh, auf der Subscribe in Berlin war und, ähm, da mit zwei gesprochen hatte und die meinten irgendwie so, du, ich weiß gar nicht, wie ich mit dir umgehebe. Umgehen soll und da war irgendwie so die Idee geboren, ja klar, also Leute, die nicht im Rollstuhl sitzen, wissen oft nicht, wie sie mit Leuten im Rollstuhl umgehen sollen und das ist tatsächlich auch Teil des Podcastes. Mhm, genau, also, äh, von mir, von mir auf jeden Fall eine ganz klare Höherempfehlung. Ja, unbedingt. Ah, danke schön. Und ich muss gestehen. Und ich liebe deine Stimme, das muss ich auch mal sagen. Ja. Ich finde die äußerst angenehm. Ah, danke. Was für einen Podcast auch sehr wichtig ist. Und, stimmt. Zwei Sachen, also, A, ich glaube, meine Lieblingssache ist deine letzte Heavy-Metal-Reise. Was ich auch, was du auf Twitter gemacht hast, habe, sehr abgefeiert habe. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ah, danke. Und das andere, du hast uns ja schon mal live zugehört. Erinnerst du dich noch? Komm, bitte sag nein. Doch, auf dem Kongress. Genau, genau. Also, das heißt, du kennst ja auch die Regeln mit den zehn Hinweisen. Das heißt, du kannst ihn erklären, Philipp. Na, warte mal. Und war Björn einer, der wusste irgendwie beim dritten Hinweis und wir haben uns einen abgequält. Ich kann mich sehr gut erinnern. Das ist heute anders. Nee, das ist, glaube ich, wie immer. Nur meistens hören wir die Leute nicht, die sich nach dem dritten Hinweis schon denken, oh Mann. Na gut. Dann, Dominik, gib uns einen von zehn Hinweisen, die auf eine Person hinweisen, die nicht mehr unter uns weilt. Und los geht's. Kann man auch Hinweise geben, die nicht hinweisen? Ja, das sind halt die große philosophische Frage, die ich heute klären möchte, weil ich habe starke Zweifel, dass ihr die Person kennt, zum Einstieg. Aber ich habe gedacht, ich mache mal den Philipp. Eine kurze Frage. Ist es irgendjemand in deinem Bekanntenkreis sowas wie dem Kunner sei Mutter sei Opa? Der ist gestorben? Ja, so ungefähr. Ich bin auch nicht ganz... Ich habe gerade ein Problem. Ich habe eine lebende Person vorbereitet. Und, oh nein. Okay. Ganz hart. Wie weit ist die Person weg? Aber wir warten mit der Ausstrahlung einfach ein bisschen. Ich schicke dir mal einen Link zu einer Website. Und wenn du noch ein bisschen Bitcoin hast, dann kannst du ein kubanisches Hitsquad auf ihn ansetzen. Die brauchen so eine Stunde. Hatten wir nicht mal eine Webseite, wo so die Chancen, wer als nächstes stirbt, so gelistet waren? Ja, ja, ja. Vielleicht schauen wir da mal kurz. Also, Björn, nachdem wir dich jetzt haben sehr lange warten lassen heute Abend, ist es nur fair, wenn du jetzt quasi diese Person trotzdem machen darfst und ein wenig die Regeln beugst. Aber ich finde, der Philipp sollte nochmal die Regeln erklären, oder? Na, komm jetzt. Ja, auf jeden Fall. Aber erstens, über mein Hauptwerk schrieb das Time Magazine, es habe eine Wirkung wie eine Atombombe. Andy Warhol. Oppenheimer. Oh, Mann. Das wäre ziemlich geil. Das wäre echt super, wenn ich euch mit dem Hinweis quasi in die Irre führen wollen würde. Der Erfinder der Atombombe. Björn? Enttäusch mich nicht. Ich hätte jetzt Einstein gedacht, aber puh. Na gut, also wenn ich euch wirklich noch einen zweiten Hinweis geben muss, dann mache ich das halt. Also, ich bräuchte noch einen zweiten. Okay, nach mir ist eine Skala benannt. Da hatten wir auch schon mal einen. Das war der Erfahrenheit. Oh, eine Skala. Da gibt es natürlich aber schon die ein oder andere. Von daher puh. Da müsste man da noch die, wie sagt man, die Domäne dazu wissen. Also ist es Physik? Ach nee, wäre das einfacher, ja. Ja, also bei mir würde ich ja tendenziell auf Schauspiel tippen. Ja, auf jeden Fall. Dann ist es eine Schauspiel-Skala. Oder ein NFL-Player. Von Dumpfbacke in der Schreckstelle-Familie bis zu Robert De Niro. Ist Skala nicht so eine grandiose A Cappella-Band? So eine Gesangstruppe, doch, da gibt es die, die Covern irgendwie, ähm, Rock-Skala ist auch ein, ist das nicht auch ein Opernhaus? Ja, tatsächlich. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir sind da auf einer ganz heißen Spur, Dominik, oder? Also, ähm, das ist vor allen Dingen, ähm, eine super Spur auf der Rühre bis Björn. Mit dem Hinweis Nummer drei werde ich dich da, ähm, deutlich davon abbringen. Ich war Professor, Professor für Zoologie an der Indiana University. Sehr ernst. Denk mal drüber nach. Wenn der Dominik schon, schon so schnell, so spezifisch wird, dann muss es wirklich jemand sein, den wir nicht kennen. Eine Skala. Zoologie und deine Skala, das ist schon spannend. Danke, Philipp. Deine Worte wärmen mir das her. Das ist eine gute Person. Ah, warte mal. Ich war, die war im Time Magazine. Und Professor. Ja. Ich glaube, das an sich schränkt den, das fällt mir nicht so krass ein. In meinem Kopf ist gerade der, der Link von Indianer und Professor zur Atombombe entstanden und jetzt habe ich den ganz vierten Teil, vierten Teil von Indiana Jones vor Augen. Oh, das tut mir wirklich aufrichtig leid, dass ich diese Assoziation geweckt habe. Es hilft mir aber nicht weiter. Ähm, viertens. Ich bin einer der größten Aufklärer des 20. Jahrhunderts. Ah. Ist es Kinsey? Ja. Arschloch. Arschloch. Wow, danke schön. Ich habe noch so schöne Hinweise gehabt. Ja, tatsächlich. Kennst du auch den Vornamen? Alfred? Ja, das ist, ähm, ich bin schwer als seinsvergeistert, Philipp. Ist es Alfred? Ähm, kennt ihr den? Alfred Kinsey? Kann ich den gerade mal googeln? Den kenne ich überhaupt nicht. Ja, das habe ich mir vermutet. Aber ich habe nicht mit dem enormen Wissen von Herrn Philipp Weismann gerechnet. Tatsächlich. Ich bin über die Skala drauf gekommen. Fünftens. Ich führte als erster im großen Stil statistische Erhebungen über einen bestimmten Forschungsbereich durch. Sechstens. Mein Fragenkatalog. 500 Posten. Siebtens. Einige der Fragen. Welche Stellung bevorzugen Sie? Häufige Gegenfrage. Da gibt es mehrere. Oder Woran denken Sie beim Ornanieren? Achtens. 1936 wurde ich gebeten, Eheberatungskurse für Studenten abzuhalten. Es zeigte sich, dass so gut wie keine Daten über das Sexualverhalten des Säugetiers Mensch gab und viele Schriften aufgrund rein philosophischer Überlegungen teilweise sehr obskure Schlüsse zogen. Ich musste handeln. Der hat dann quasi zum ersten Mal im ganz, ganz großen Stil Befragungen zum Sexualverhalten von Menschen durchgeführt. Und wenn man den bei Google eingibt, dann ist die sechste Headline Alfred C. Kinsey und seine pädokriminellen Helfer. Der Kinsey Report. Das ist alles eine Verschwörung. Nein, aber das ist echt zutiefst beeindruckend, weil vorher ist halt alles noch mega konservativ und es wurde halt einfach von der Kirche übernommen und so weiter und so fort. Und jetzt Hinweis Nummer 9. Ich war einer der Auslöser der sexuellen Revolution in den 60er Jahren. Als ich 1956 starb, konnte ich dies jedoch nicht absehen und sah mein Ziel, die sexuelle Revolution, als gescheitert. Das Witzige ist tatsächlich, der hat zwei große Reports gemacht. Einmal über den Mann. Das war schon ziemlich, oh mein Gott, oh mein Gott. Es gibt Homosexuelle. Es gibt Menschen, die ornanieren. Es gibt sonst wie. Es gibt Menschen, die Sex vor der Ehe haben. Das war schon hart. Aber Hinweis Nummer 10. Solange es bei meinem Forschungsergebnis um das Sexleben der Männer ging, konnte man auch im prüden Amerika der Nachkriegszeit den Tabubruch einigermaßen verkraften. Als ich fünf Jahre später aber aus tausenden Gesprächen über die Frauen veröffentlichte, liefen nicht nur konservative und religiöse Gruppen stumm. Bis dahin galten Frauen gemeinhin als sexuell desinteressierte Wesen. Dass sie heimlich in Gedanken eigene Lustfantasien und Wünsche formulierten, war für Millionen Männer damals schwer vorstellbar. Nicht nur in den USA. Und dann ist ihm der Geldhahn zugedreht worden, weil er quasi publik gemacht hat, dass die Frau auch ein sexuelles Denkniswesen ist. Und dann ist er nach Deutschland und hat den Hausfrauen-Report gedreht. Wahrscheinlich. Es gibt auch da, ja Philipp, einen Film, da spielt ihn Liam Neeson. What? Und eine Szene, die mir da im Gedächtnis geblieben ist, also er tut da mit seinen ganzen Helferleinen halt tausende von Fragebögen ausführen lassen und besucht dann Menschen, die halt irgendwie außergewöhnliche Sexualität haben und so weiter. Und da trifft er jemanden, ich habe im Vorfeld leider die ganze Szene nicht gesehen, sondern nur einen Teil, von dem ich gleich auch noch erzähle. Er trifft jemanden, der hatte mit seiner kompletten Familie Sex, mit Männlein, mit Weiblein, mit Tieren, mit allem Möglichen. Also der war total hypersexuell und der konnte in 10 Sekunden von 0 auf 100 masturbieren. Und die, das gibt es auf YouTube, kann ich gerne verlinken. Also halt. Aus dem Film. Aber ja, da seid mal froh, wenn ihr von sowas nicht gepeinigt seid. Aber ja, fand ich interessant und den kennt fast niemand und ich finde, dass man den kennen sollte und Chapeau an den Kollegen Weismann. Merci beaucoup. Das muss ich aber auch sagen. Danke schön, danke schön. Und es tut mir leid, dass meine Gefühle so mit mir durchgegangen sind. Philipp, ich habe dich lieb. Alles gut, alles gut. Okay. Ah, ich muss aufpassen, dass ich nicht den Titel vorließe. Er ist groß drüber ausgedruckt. Aber heute ist das praktische, wir sitzen nicht am gleichen Ort. Von daher, ach schön, kann ich mich da ganz entspannt zurücklehnen. Aber es geht los. Hinweis Nummer eins. Mein Großvater verstarb 1904. Kurze Zeit darauf musste meine Familie aus Geldmangel unser Haus aufgeben und in eine Pension ziehen. Darunter litt ich so sehr, dass ich Suizidabsichten hegte. Aber ist es wirklich billiger, in einer Pension zu wohnen, als im eigenen Haus? Ich glaube, das ist ein bisschen ein größeres Haus. Ich vermute auch so mit Binnerschaften und ja. Der Udo Lindenberg wohnt nach wie vor im Hotel, gell? Ja. Witzigerweise kenne ich jetzt auch jemanden, der im Hotel lebt. Was? Okay. Wer? Udo Lindenberg. Ein Kumpel von mir ist im Vertrieb und der wohnt unter der Woche jetzt im Hotel, weil die Firma, wo er arbeitet, dem Tybi, dem Besitzer, gehört auch im Hotel unter anderem. Ah. Und da ist es quasi günstiger, den permanent in einem Vier-Sterne-Hotel pennen zu lassen, als ihm eine Wohnung zu stellen. Oder das hat er halt irgendwie mitverhandelt. Aber finde ich auf jeden Fall interessant, dass ich das sagen kann jetzt. Aber ich habe keine Ahnung, was die Lösung ist, Philipp. Ich habe auch keine Idee. Okay. Vielleicht der Hinweis Nummer zwei. Kurz nach dem Tod meiner Mutter lernte ich auf einer Tagung die sieben Jahre ältere Sonja Green kennen. Wir heirateten trotz Protest meiner Tanten. Meiner Tanten? Ja. Okay. Ist es vielleicht seine Cousine, die jetzt ihn erst mal kennengelernt hat? Oder sein Onkel? Oh. Sein Onkel namens Sonja Green. Kann ja sein. Non lo seh. Okay. Ich weiß es, aber ich sage es nicht. Bis kurz vor Schluss. Pass auf, sonst glaube ich es noch. Okay. Hinweis Nummer drei. Der Grund für ihren Protest, ihrer Meinung nach, beziehungsweise der Meinung von den beiden, war das Ganze eine sogenannte Mésalliance. Das ist französisch für eine Missheirat. Und damit bezeichnet man, wenn man nicht standesgemäß heiratet. Denn sie war eine ukrainische Jüdin und Besitzer eines Hutgeschäfts. Obendrein hatte sich ihr Mann aus erster Ehe das Leben genommen. Ja, also in ein Hutgeschäft kann man echt auch nicht einen heiraten. Das geht nicht. Wie soll man das unter einen Hut bringen? In dem Alter eine selbstständige Frau. Wahnsinn. Ja, ne? Ich habe aber trotzdem keine Ahnung, wer das ist. Philipp, das führt zu nichts. Tja, vielleicht mal mit Hinweis Nummer vier. Doch wir kamen zusammen und zogen gemeinsam nach New York. Anfangs waren wir sehr enthusiastisch über unser neues Leben und die Stadt. Doch kaum war der anfängliche Enthusiasmus verflogen, kamen die Probleme. Sonja verlor ihr Geschäft und war gesundheitlich in sehr schlechtem Zustand. Die hat ihr Geschäft mit nach New York genommen? Das ist ja verrückt. HP Lovecraft. Richtig. Es war HP Lovecraft. Du hast doch jetzt gerade gegoogelt, oder? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe neulich eine Doku gesehen. Wow, ich bin schwer beeindruckt. Ja, jetzt komm, sag es auch zu mir. Toll. Hat er richtig toll. Super. Das wäre die Retourcoache von vorhin. Ach Quatsch. Blöder Pupskopf hast mir meinen tollen Charakter. Nein, nix, nix, nix. Ich freue mich. Der Philipp hat einfach viel zu viel Niveau. Ach Quatsch. Ja, mach weiter. Das ist nämlich ein ziemlich faszinierendes Leben. Oh ja. Hinweis fünf, um die restlichen auch noch vorzulesen. Um für das Einkommen beizutragen, zog ich dann nach Cleveland um, um mich dort, naja, mehr oder weniger schlecht von Job zu Job zu hangeln. Leider eher von Misserfolg zu Misserfolg und zur Arbeitslosigkeit. Gequält wuchsen meine Ressentiments gegen Fremde und Ausländer immer mehr und mehr bis hin zur panischen Angst, Ängsten, Panikattacken und Fremdenhass. All das machte die Suche nach Arbeit natürlich noch schwerer. Hinweis sechs, einige Jahre später einigten wir uns auf eine Scheidung, die jedoch nie vollzogen wurde. Ich zog auch aus finanzieller Not zurück zu meinen Tanten. Hinweis sieben, ich betrachtete mich selbst stets als eine Art Aristokrat, trotz meiner immer ärmlichen Lage. Lieber hungerte ich, als mich für niedere Arbeiten herzugeben. Ich wäre wohl lieber gestorben, als Lohnschreiber zu sein oder gar Groschenromane zu verfassen. Hinweis Nummer acht, Verehrer meiner Werke stellten mir nach meinem Ableben an Darmkrebs einen eigenen Grabstein mit der Aufschrift I am Providence auf. Hinweis neun, Fans zitieren heute gerne aus meinem Werk. Hinweis zehn, es gibt ein Pen-and-Paper-Spiel, welches auf meinen Werken basiert. Derzeit in siebter Auflage, beziehungsweise Ausgabe. Ich glaube, jetzt hätte ich auch eine Idee gehabt. Ja, und der Bonus-Hinweis, wenn er bis dahin nicht drauf gekommen wird, Zeit meines Lebens hegte ich Abschau vor Meeresgetier. Ja, weil er hat ja quasi diesen Kusuru-Mythos unter einem geschaffen, wo er am bekanntesten ist dafür, auf dem viel moderner Horror mit entsteht. Und was wollte ich sagen? Das ist ja so ein Tintenfisch-artiges Wesen. Das ist für ihn quasi der totale Albtraum, halt dieses Fischige. Und deswegen hat er das so gezeichnet, in Anführungszeichen, oder zeichnen lassen. Und es gibt keine richtige oder falsche Aussprache von Kusuru, weil das kein menschlicher Laut ist nach seiner eigenen Definition. Du kannst es nicht verkehrt aussprechen, weil du es als Mensch eh nicht aussprechen kannst. Ach, deswegen sagst du das hier so souverän. Also deswegen, ob man dann Tulu oder Kutulu sagt, Kutulu. Aber das mit dem modernen Horror, das möchte ich mal so in Frage stellen. Hast du das mal gelesen? So Dinge aus diesem Mythos, aus diesem, das sind ja ganz viele. Er hat halt unglaublich viele Leute inspiriert. Also wenn du mal hier die Guillermo del Toros der Welt sprichst, da sagen halt ganz, ganz viele, dass halt Lovecraft da dabei ist. Oder wenn du das neue Bloodborne oder was, das spielst, da ist dann auch sehr schnell Lovecraftian Horror gewesen. Weil ich finde den Horror nämlich sehr eigen und ich würde mir tatsächlich wünschen, das mal wieder neu zu interpretieren so. Das sind ja immer diese alten Monster aus den Urzeiten mit diesen schrecklichen Grauen, die sich dann teilweise aus dem Meer erheben und teilweise sonst woher kommen. Und dann auch immer irgendwie, das spielt Wahnsinn, glaube ich, immer eine große Rolle. Ich finde, das Spannende an diesem Mythos und diesem ganzen Universum, das er aufbaut, ist ja eigentlich gar nicht, dass da jetzt irgendwie spezielle Monster drin sind. Die sind spannend und cool geschrieben und auch beschrieben. Aber das Spannende dran ist ja eigentlich, dass die Menschheit in seinen Geschichten immer dargestellt wird als ein, ja, die sind da so ein Staubkorn und so ein Ball im Spiel von diesen großen Alpen. Und die Menschheit ist eigentlich völlig unbedeutend. Und ob die mal ausgelöscht wird oder nicht, das ist so völlig willkürlich. Ich glaube, das ist es, was es eher ausmacht. Genau, und sowas sehe ich halt in modernem Horror so eigentlich gar nicht, so in der Form. Deswegen hat mich jetzt deine Aussage kurz irritiert. Aber ja, viele haben sich das natürlich als, überhaupt als Anlass genommen, in den Horror oder im Horror-Genre überhaupt irgendwas zu machen. Björn, kennst du ihn? Du, ich bin, nee, überhaupt nicht. Ich bin so wenig in Popkultur bewandert, merke ich gerade, oh nein. Dafür hast du doch mich. Aber da habe ich jetzt große Hoffnungen, auf den, den du vorbereitet hast. Oh ja. Runde drei, würde ich sagen. Nachdem sich die anderen beiden hier die Bälle so zuspielen. Ja, sehr schön. Ja, Wahnsinn, ne? Björn, deine Person lebt noch. Oder hast du jetzt die Kuban erreicht unter der Sitzung? Ich habe, vielleicht war ich auch deswegen so still. Jogi, nö. Also Jogi, richtig, verdammt. Entweder hast du schnell jetzt eine neue Person. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine neue Person mir ausgesucht irgendwie und die lebt tatsächlich nicht mehr. Oh, ist es Kurt Cobain? Es ist nicht Kurt Cobain, nein. Ich würde den Hinweis, das habe ich im Vorfeld via Twitter abgeklärt, dass der Gag in einer vorherigen Folge verbraten worden ist. Das mit Kurt Cobain? Ja, aber du hast logischerweise. Aber Jogi Löw ist es auch nicht, weil ich bin mir nicht ganz sicher, dass er noch lebt, aber ich hoffe es. Ich, Björn, ich mache jetzt mal den Lou Reed, den Sänger. Wie heißt deine Band von Lou Reed? Ach, die Uralten. Ach Gott, wie heißen sie denn? Ja. Der Bruder von Lou Vega. Der ehemalige Sänger von Velvet Underground. Und der ist ein ultra-exzentrischer Mensch. Und ich habe mein Interview gelesen in der Galore, in so einem Interviewmagazin, was es eine Weile gab. Ich weiß nicht, ob es einen Moment gibt. Und die haben dann so ein Disclaimer am Anfang und so. Wir haben uns beschlossen, wir haben beschlossen, dieses Interview so abzudrucken, wie es stattgefunden hat. Und machen sie sich ihr eigenes Bild von diesem Menschen. Und im Wesentlichen ist es halt ab der Hälfte, spätestens ab der Hälfte einfach nur noch eine einzige Beschimpfung des Interviewers, wie er es wagen kann, hier ihn zu seiner neuen Platte zu befragen, wo er offensichtlich nicht im Kontext seines Gesamtwerkes es beurteilt. Und das Gesamtwerk ist irgendwie 18 Bände, Gedichte. Also halt wirklich so maximale Exzentrik. Und das ist eben so ein Mensch. Es gab kürzlich eine Zeitung, die hat auch so ein Interview abgedruckt. Da ging es darum, dass sie mit einem Politiker geredet haben. Und der hat einfach nur gesagt, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ja, aber wie ist denn das und das Thema? Ja, bitte machen Sie wann anders einen Termin, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ja, und das und das Thema, ich habe doch jetzt gesagt, ich habe keine Zeit. Und das war das Interview und das haben sie eins zu eins abgedruckt. Das ist auch so absurd. Ich habe tatsächlich auch einen, wo wir gerade von Exzentrikern reden, hier jetzt in Hamburg, habe ich im letzten Podcast auch erzählt, irgendwie einen Kinofilm gegeben, wo ein Schwerstbehinderter die Hauptrolle spielte. Und dann wurde auch von der Kulturbehörde beziehungsweise von der Filmförderung eingeladen. Man könne dann zu dieser Aufführung kommen und mit Regisseur, Produzentin und, also Regisseurin, Produzentin und Schauspieler auch sprechen. Dummerweise ist das Kino nicht barrierefrei gewesen. Bitte gehen Sie, bitte. Ich glaube los, ziehen Sie keine Bitterung neu rein. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Daraufhin habe ich dann mit der Kulturbehörde hier in Hamburg telefoniert und die gab mir dann, eine Dame dort gab mir dann den Hinweis, dass das Kino, das ist das Abathon-Kino hier in Hamburg, eins der führenden Arthouse-Kinos in Deutschland irgendwie. Deswegen sollte der Film da auch gezeigt werden, weil das natürlich für den Film gut ist, wenn das da gezeigt wird, dass das Kino umgebaut wird. Und die Dame wusste jetzt nicht genau, ob es eventuell barrierefrei umgebaut wird. Und ich sollte doch mal den Geschäftsführer danach fragen. Und dann habe ich den angerufen und habe dem gesagt, schönen guten Tag, ich habe eine Frage. Ich bin Rollstuhlfahrer und wollte wissen, ob, und dann kam ich nicht mehr weiter, dann hat er mich gefühlt 25 Minuten beschimpft. Was? Hä? Wow. Weil ich mich ja darum kümmern könnte, dass der Film auch in anderen Kinos gezeigt werden kann und ob ich ein Kulturverhinderer sei. Und also, es war wirklich... Was? Wow. Ja, ja. Ganz zum Schluss konnte ich ihm dann tatsächlich noch mal eine Frage stellen, und zwar die irgendwie, dass ich wissen wollte, ob der Umbau in dem Kino zu einer Barrierefreiheit führt. Und das hat er dann verneint. Das klingt nach einer unglaublich sympathischen Figur. Ja, also das Gespräch war wirklich schön. Also, ja, ich habe hier so gesessen mit meinem Telefon und dachte so... Also ungefähr so muss sich der Interviewer von Lurit gefühlt haben, glaube ich. Ach ja, diese Menschen sind schon... Ja, Menschen sind toll. Ja, manchmal. Also, jetzt noch mal ganz kurz. Wir haben jetzt... Es geht um jemanden, der tot ist jetzt. Ja, genau. Ich habe jetzt tatsächlich noch jemanden gefunden, der tot ist, irgendwie, den ich verehre und... Ich bin noch jemanden ums Eck gebracht. Aber weshalb ich die Lurit-Story eigentlich erzählt habe, genau, halt hier... Jetzt rechts hier wieder rein. Du kennst unser Gesamtwerk nicht, nicht wahr? Nee, stimmt. Das kann sein, dass er quasi in der Vergangenheit schon dabei war. Ach so, nee, der Philipp... Ach so, deswegen. Ja, nee. Ich habe eben auch noch mal schnell... Philipp hatte mir eine Liste geschickt. Ah, okay. Und ich hoffe, er ist nicht... Okay, verstanden. Cool. Super. Oh, jetzt habe ich es schon verraten. Ich bin ein R. Aber dann hätte ich echt eine Chance, wenn der schon mal da gewesen wäre. Aber auch nur, wenn du die Liste offen hast, oder? Ja, nur eine kleine. Ich kann ja beide machen. Ich kann ja auch beide machen. Oh, ja. Lass mal knacken, Björn. Ja, genau. Ich lasse mal los jetzt. Also, ich bin unter anderem ein Bühnen- und Kostümbildner gewesen. Okay. Giga. Ja, ich habe den als Kind echt verehrt. Also, Wahnsinn. Der Typ war echt großartig. Moment, war das jetzt die? Nee. Ah, okay. Ach so, nee. Entschuldigung. Ich habe jetzt mal einen kurzen Moment gedacht, so, und was? Nee, nee, so schnell geht es nicht. Nee, nee, nee. Ihr dürft euch natürlich von meinen Fragen oder von meinen Hinweisen nicht auf die falsche Fährte lecken lassen. Ist ja klar, ne? Okay. Okay, ich weiß, wer es nicht ist, wer es aber sein könnte. Und das wäre, ja, pass auf, und zwar, das ist der Sänger von Erasure. Nee, das ist, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Person, die ich ausgesucht habe, ist kein Sänger, auch wenn mein Podcast das vielleicht suggerieren könnte, weil ich ja ganz viel mit Musik zu tun habe. Nein. Okay. Mein zweiter, richtig vieler Hinweis ist, ich war auch schon mal Honorarprofessor. Ui. Okay, also Bühnenbildner und Professor. Genau. Aber vermutlich ist er für nichts davon bekannt. Na gut, Honorarprofessor heißt ja nicht, dass du allzu viel wirklich gelehrt hast, sondern dass du eher ein halber was kriegst. Richtig, genau. Aber dass du irgendwas geleistet hast in irgendeinem Bereich. Genau, oder halt anerkannt wirst von irgendjemand. Ja. Ja, also von mir unbedingt, also. Hm. Nee, ich glaube, wir brauchen da noch was. Ja. Ja. Ich habe nicht nur deutsche Fernsehsendungen gemacht, sondern ich habe auch Kinofilme gedreht, in denen ich auch selbst mitgespielt habe. Kinofilme gedreht, in denen er selbst mitgespielt hat. Hui. Thomas Gottschalk. Helge Schneider. Aber Moment, die leben alle noch. Ja, ja, nee. Also beide sind großartig. Ich habe als Kind Thomas Gottschalks Kinofilmer auch gesehen. Die Supernasen. War gerade zuletzt bei Helge Schneider im Konzert. Oh, schön. Ich verehre beide sehr. Nein, also nee, nur den einen. Ja, seit Thomas Gottschalk twittert, ist er auch irgendwie nicht mehr, nicht mehr derselbe. Ist nicht ernst zu nehmen, ne? Nee, nee, nee. Das mit dem Internet, das ist auch nicht für jeden was. Nee. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich muss leider auch noch völlig passen. Meine Werke beschäftigen sich hauptsächlich mit zwischenmenschlichen Kommunikationsstörungen. Das klingt schon mal gut. Wollen wir mal zwischenmenschliche Kommunikationsstörungen? Hier, dieser, ähm. Wie heißt der denn? Lars von Trier? Nee, der lebt auch noch, oder? Nein, Mensch, wie heißt denn der? Skandal-Regisseur steckt hin. Ganz allgemein. Ich weiß, wie er ausseht. Mir fällt gerade auch nicht ein, wie er heißt. Der hat doch irgendwann was für MTV gemacht, sogar. Schlingensief. Schlingensief, genau. Also Schlingensief hätte es wirklich sein können. Aber der ist nicht in seiner Kindheit. Ich bin wirklich traurig, dass der schon tot ist. Ja. Ich fand dieses Konzept mit seinem, wir machen ein Land, wenn drei Leute zusammenstehen, irgendwie toll. Wie heißt denn der Regisseur von Angst, Essen, Seele auf? Wie heißt der denn? Ist er das? Nee. Okay, Gott, dann muss ich nicht überlegen. Ja, er hat ja auch selber mitgespielt. Ich merke schon mal. Er hat auch mitgespielt. Na, das war ja der Hinweis, er hat in seinen Kinofilmen selber mitgespielt. Das ist echt, das ist eine harte Nummer. Also wirklich selber mitgespielt. Na gut, ich meine, der Einzige, der mir jetzt noch einfällt, wäre so ein Alfred Hitchcock. Bei dem er so ein eigenes Cameo in seinen eigenen Filmen hatte. Stimmt, aber das, ja. Nee, er ist aber nicht Hitchcock. Ja. Hätte mich jetzt auch sehr verwundert, aber. Ich war jetzt bei Rob Zombie, aber ich glaube, der lebt auch noch. Und er war in der Jugend. Soll ich mal was sagen? Ganz kalt, Leute. Ganz kalt. Oh, sehr gut, sehr gut. Das ist ganz normal. Das ist ein bisschen unsessen. Ja, ich. Wir wollen ja, dass die Leute. Vielleicht sind meine Hinweise auch nicht gut genug. Nee, nee, das passt nicht. Wir wollen ja, dass die Leute, die zuhören, auch was davon haben. Ja. Auf welchen, also du hast ja auf dem Kongress, Björn, offensichtlich die Person, die es zu erraten galt, schon so früh gewusst, weil du reingerufen hast wohl. Ähm, wenn ich das richtig verstanden hab, wen hattest du denn da erraten? Weißt du das noch? Weißt du was? Ich weiß es nicht mehr. War das mein, du weißt? Oder war das einer von den anderen beiden? Hält mal auf die Sprung hier. Es war, don't go where the huskies go, don't you eat that yellow snow fawn. Wie heißt sie denn? Frank Zapper. Frank Zapper hattest du erraten. Ja, genau. Und wir standen da wie die letzten Dödel und haben gedacht, wer, was, wie, wir wüssten doch nicht. Das ist immer dasselbe, wenn man selber raten kann, dann wissen wir mal sofort, ne, irgendwie so. Ja. Aber, also bei dir sind wir jetzt alle gerade noch blank. Okay, dann, ähm, geb ich mal den nächsten Tipp. Das Wappentier meiner Familie ist ein Vogel. Victor von Bülow. Alias Loriot. Ja. Sehr gut. Ich hätte es nicht gewusst, dass es ein Vogel ist, das Wappentier, aber dass sie überhaupt ein Wappentier hat, das passt einfach zu Loriot. Aber Björn, du, du, wenn du nicht schon einen Platz in meinem Herzen hattest, hast du ihn spätestens jetzt, weil ich liebe Loriot. Oh ja. Ich, mein, also ich bin meinen Eltern so dankbar. Wir hatten damals einen der ersten Betamax Videorekorde. Und da wurden die Fernsehserien von Loriot drauf aufgezeichnet und mein Bruder und ich haben das so häufig geguckt, dass wir die vorwärts und rückwärts mitsprechen konnten. Ein Klavier, ein Klavier, ein Klavier. Ich kenne ja die ganzen klassischen Sketche und ich kenne die Filme. Papa and Deporters, den Film zum Beispiel, den liebe ich. Den habe ich die Tage erst wieder zitiert. Der Junge freut sich doch, wenn er Papas Mantel kriegt. Aber ich habe die Fernsehsendung tatsächlich nicht in der Gänze gesehen, das muss ich mir irgendwann nachholen. Ja, das muss man unbedingt machen. Ich finde ja, den besten Sketch, den er gemacht hat, war, dass er selber in einer Fußgängerzone mit einem Mikrofon in der Hand steht und mit so einem WDR-Puschel drauf. Und dann einer älteren Dame das Mikro unter die Nase hält mit den Worten, schönen guten Tag, ich komme vom deutschen Fernsehen. Und sie antwortet, oh, das tut mir leid, ich habe gar kein Kleingeld dabei. Fantastisch. Die restlichen Hinweise bitte. Ja, die kann ich noch sagen. Ich hätte euch noch mit, ich bin mit 87 Jahren 2011 verstorben, habe mit meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter. Die Zeit habe ich aufgehoben zum Beispiel. Ich habe neulich ausgemüßt, weil ich umgezogen bin, aber das ist tatsächlich eine der Dinge, die ich nicht weggeschmissen habe. Das Cover als Lorio starb. Also du meinst von der Zeitung, die Zeit. Ja, die Wochenzeitung, die Zeit. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, gar kein Problem. Noch so ein nichtssagender Hinweis wäre gewesen. Ich habe mit meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter in Berlin gelebt. Meine Biografie musste vom Markt genommen werden. Was? Ja. Da gab es irgendwie rechte Probleme. Ah, okay. Also die hatten irgendwie Urheberrechtsverstöße in der Biografie, deswegen durften sie nicht auf dem Markt bleiben. Dann habe ich noch, nach dem Krieg arbeitete ich als Holzfäller in Solingen. Ach, was? Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Genau. So, und als letztes hätte ich euch verraten, dass ich Möpse verehre. Und damit meine ich selbstverständlich die Hunde. Ja, ja. Also das mit dem Holzfäller, das wäre tatsächlich einer der ersten Hinweise gewesen, weil du solltest eigentlich immer wahrscheinlicher, dass das erraten würde mit jedem Hinweis. Und bei Nummer neun, ich habe als Holzfäller gearbeitet, wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Nee, überhaupt. Aber ein Leben mit Möpsen ist möglich, aber quasi ohne Möpse. Nee, ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos. Genau. Ich fand ja auch herzzerreißend, als seine langjährige Bühnenpartnerin Evelyn Hamann verstorben ist und er in so einem, naja, so einer Art Nachruf in die Kamera noch sagte, so deine Einsätze waren immer perfekt, immer auf den Punkt, nur dieses Mal warst du zu früh dran. Das war echt der Moment, wo ich gedacht habe, so ui. Da fängt man an zu schlucken, ne? Oh ja, oh ja. Ja, sehr cool, Björn. Ich fand ja auch die Szene in dem Flugzeug so cool, wie die, wo Loriot und Evelyn Hamann nebeneinander sitzen und Rilke zitieren. Und dann der Dritte in der Reihe meinte, ich kenne auch ein Gedicht. Ich muss die Nase meiner Ollen an jeder Grenze neu verzollen. Oh Gott, oh Gott. Charming. Und die beiden dann völlig konsterniert den angucken und überhaupt nichts mehr sagen konnten. Aber ich finde Loriot ist wirklich, also das ist die Basis meines Humors, glaube ich. Großartig. Ja. Wollt ihr noch wissen, wen ich noch vorbereitet hatte? Ich bitte darum, aber die Frage ist, ob wir nicht mal eine Ausnahme machen zur Feier des Frages. Ja, komm. Tun. Also da bin ich erstens dafür. Wir verkaufen es einfach als Outtake. So, jetzt kommt noch ein langes Outtake. Ja, okay. Dann, okay. Angekündigte Outtakes. Die neue Erfindung von Jürgen. Sehr gut. Sehr gut. Also mit euch macht Podcasten total Spaß. Also, mein erster Hinweis. Immer diese Unterstellungen. Mein erster Hinweis. Ich habe in den 90er Jahren in der Fußball-Bundesliga gespielt. Rudi Völler. Toni Polster. Falsch. Pierre Litbarski. Ich bin auch mega. Das kann jetzt noch Stunden so weitergehen. Das kann Stunden so weitergehen, weil es ist völlig kalt. Sehr gut, weil Sportler keinen Plan. Das ist gut. Der Frosch. Der Frosch. Nein. Wer ist denn der Frosch? Jetzt muss er wieder hier Fußball-Insider-Wissen raushängen lassen. Okay, dann bitte. Achso, ich dachte, wir hätten uns vorhin schon auf Jogi Löw geeinigt. Der hat tatsächlich in den 90er Jahren, glaube ich, gespielt. Ja, bei Stuttgart, ne? Stuttgart, der Kicker ist, glaube ich auch. Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich glaube, das habe ich mal irgendwo gesehen. Freiburg hat er, glaube ich, auch. Aber ja, ich nenne Namen. Ganz traurig ist jetzt mein zweiter Hinweis. Mein Bruder wurde ermordet. Wow. Okay. Jetzt hat man so eine gute Stimme, Björn. Nee, aber jetzt, genau. Jetzt sind die ganzen dummen Sprüche hier. Ich ziehe sie nachher noch wieder hoch. Obwohl ich noch lebe, habe ich schon eine Autobiografie geschrieben. Obwohl das ist ja auch schwierig, wenn man tot ist, glaube ich, ne? Ja. Das bringt so ein, zwei Probleme mit sich dann. Ja, ja. Boah, wer könnte denn das sein? Vor allem in der Bundesliga gespielt haben. Moment, also explizit Fußball-Bundesliga? Ja, ja. Okay, okay. Ich habe ja gesagt, in den 90er Jahren Fußball in der Bundesliga. Okay, okay. Nur nochmal in Erinnerung zu rufen, weil es gibt ja noch andere Bundesligen. Aber okay, wirklich Fußball. Völlig richtig. In meinem Kopf geht gerade sinnbildlich durch, wie viele Fußballer aus den 90er Jahren sowohl Philipp als auch Jürgen gerade in ihrem Kopf durchgehen. Ich wollte gerade sagen, bei mir sind es zwei. Lothar Matthäus und, keine Ahnung, Rudi Völler. Und Dominik hat gerade so seinen Mind Palace offen und schiebt so die Mannschaften durcheinander und sortiert sie neu. Ich bin so Matrix-mäßig, wo jetzt die Datenbanken durchgehen. Aber bitte noch einen Hinweis. Ab und zu einfach mal einen Name droppen, nur dass ich so tun kann, als wüsste ich was von Fußball. Andreas Köpke. Ich tue es gar nicht so. Auch, ich sage mal ganz kalt. Ich habe meine Wurzeln in Afrika, wäre dann mein vierter Hinweis. Es könnte ja auch eine Frau sein, das haben wir noch nicht geklärt. Ist es der, der zum schwarzen Schiedsrichter gemeint hat, wir Schwarzen müssen zusammenhalten? Nee. Also was ich eben gerade gehört habe, das war schon mal ganz gut. Aber trotzdem seid ihr völlig falsch. Es ist weder Mann noch Frau. Nee, das will ich nicht sagen. Moment. Nee, nee, das ist schon eindeutig. Das Geschlecht ist eindeutig. Ich wollte gerade sagen, war mal ein Mann und ist jetzt eine Frau. Nee. Oder Lilo Wanders, die damals in einer eigenen Bundesliga, die sie selber aufgestellt haben, für Drag Queens gespielt hat in den 90ern. Du meinst, es gab eine eigene Drag Queen Bundesliga, das kann ich mir nicht vorstellen. Finde ich aber großartig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr meinen letzten Hinweis irgendwie verstanden habt, weil ich bin der Meinung, Lilo Wanders hat keine Wurzeln in Afrika. Weiß ich nicht. Vielleicht hat ihr, na gut, aber Moment, da ist ja die Frage. Ist es die Person, die da die Wurzeln hat oder die Kunstfigur? Weil der könnte man ja sagen so, ah ja, da stelle ich mir vor, die kommt eigentlich aus Südafrika und deren Vater war dies und deren Mutter war das und hat die und die Backstory. Also so eine erfundene Geschichte für diese Kunstfigur. Sie können ja auch einfach einen Baum in Afrika besitzen. Was? So ihre Roots und so. Ich habe Wurzeln in Afrika. Oh, oder ein Stück Ingwer kaufen und dann dort liegen lassen. Oh Gott, bitte, weiter. Entschuldigung, zwei Stücke Ingwer. Gut. Ich bin Schauspielerin, Musikerin. Ja, und Musikerin, genau. Also jetzt habe ich ja schon deutlich einen Hinweis gegeben, was das Geschlecht angeht. Spare ich mir auf Anthony Yeboah? Ja. Kannst du dir sparen. Obwohl Fußballer ja auch immer Schauspieler sind, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber nicht immer Frauen. Wie heißt denn die sehr schrille Sängerin, von der, du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael ist? Wie heißt sie denn nochmal? Was? Eine sehr exzentrische, schrullige Schauspielerin, Musikerin. Ihre Tochter macht inzwischen, glaube ich, auch Musik und Film und hat den Song, du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael, gemacht. Genau. Wie heißt sie denn gerade nochmal? Nina Hagen. Nina Hagen, genau. Nein, ist sie nicht. Na, ich will auch nicht sagen, was? Nina Hagen ist ja in der Bundesliga. Sorry. Du, ich habe einfach keine Ahnung, wer irgendwann mal in der Bundesliga gespielt hat, von daher. Ich fand das so großartig, dass die Person in der Fußball-Bundesliga gespielt hat, dass ich diesen Hinweis einfach geben musste, weil er euch sofort in die völlig falsche Richtung gelangt hat. Okay, dann sage ich jetzt Uschi Glas. Nice. Und, um es hier nochmal zu droppen, in Nürnberg gibt es einen Sushi-Laden, der heißt Sushi Glas. Das finde ich so doof. Ja. Ich war immer noch nicht drin, dann haben wir es einfach zu doof. Das stimmt. Ich bin auch Fernsehmoderatorin und ihr kennt mich aus dem Kinderprogramm. Ui. Aktuelles Kinderprogramm? Nee, ich glaube, die Sendung gibt es noch, aber ich bin da nicht mehr dabei. War die bei Wissen macht A mit? Nee, das klingt irgendwie gut. Ey? Das klingt irgendwie gut. Das kenne ich gar nicht. Aber ich weiß leider nicht, wie die gute Frau heißt. Mareika Amado. Hatte ich gehofft. Mareika Amado. Das ist eine andere Sendung. Ich habe keine Ahnung. Also, weil Ralf Kasper, also den man vielleicht heute auch aus der Sendung mit der Maus kennt, das ist so ein bisschen so ein, so schwarze Haare und so eine Nerdbrille. Und der moderierte eine ganze Zeit lang mit einer Dame zusammen, Wissen macht A. Aber ich habe leider keine Ahnung, wie sie heißt. Also, mein zehnter Hinweis wäre gewesen, ich arbeite mit Ralf Kaspers zusammen. Okay, cool. Also, ihr habt sie, glaube ich. Also, die Dame heißt Shari. Nein, Philipp hat sie. Ich habe echt keine Ahnung. Ah, okay. Okay, du, Namen. Gerade bei Schauspielern bin ich nicht so gut mit dabei. Aber ich habe, also, kennt ihr die Sendung gar nicht? Wissen macht A, kenne ich. Wissen macht A, kenne ich. Eine so großartige Fernsehsendung. Ja, ja. Und ich habe extra nicht Ralf genommen, weil der wäre sofort von euch geraten worden. Und ich dachte, aber sein Co-Host, also die Shari, die fand ich auch großartig. Und eine schwarze Frau im deutschen Kinderfernsehen, ich fand das toll. Deswegen habe ich Shari ausgewählt. Stimmt. Aber ich hoffe mal, dass die gute Frau wirklich den Regelbruch jetzt ausmacht und nicht bis zur Ausstrahlung, dass hier noch irgendwas passiert. Weil die brauchen wir doch ein bisschen länger. Also, Shari ist 43 Jahre alt, das wäre noch ein Hinweis gewesen von mir. Und ich hätte euch noch erzählt, dass ich in Köln geboren bin. Ja, schwierig. Ich habe jetzt, glaube ich, ein Bild vor Augen, aber auf den Namen wäre ich nie gekommen. Und der Hinweis mit der Bundesliga war ein bisschen mehr. Der ist großartig. Wir haben ja tatsächlich auch einen Bildungsauftrag, wie ich glauben möchte. Haben wir. Wer hat dir denn zu Genüge wieder nachgekommen mit Kinsey und Co? Wer hat dir denn denn gegeben, diesen Auftrag? Dem Kunner sei Oma. Behörden. Dem Kunner sei Mutter. Dein Lehrer in der Grundschule. Also, da erzähle ich doch noch gleich einen Schwank aus meiner Jugend bei der Gelegenheit, die ich die Tage erzählt habe. Und zwar, ich war ein sehr braves Kind. Ja, ich weiß, das ist kaum vorstellbar. Auf jeden Fall, allererster Elternabend, erste Klasse. Meine Mama geht hin. Und das Einzige, was die Lehrerin, die Grundschullehrerin zu sagen hat, ja, Frau Schmidt. Der Dominik, alles gut, alles super, so ungefähr. Aber er steht immer mitten im Unterricht auf, geht komplett über den Klassenraum und gibt dem ein Mädchen ein Bussi. Oh, was? Und dann ist meine Mama nach Hause gekommen, hat gesagt, so ungefähr, ich sollte es nicht mehr machen. Und dann habe ich das nie wieder gemacht. Und dann kam der zweite Elternabend. Bist du verhandelt? Und dann hat meine Lehrerin gemeint, Frau Schmidt, so ungefähr, ist ja schön, dass er es jetzt nicht mehr macht, aber irgendwie tut es mir auch leid. Oh. Und die ist doch irgendwie süß, die Geschichte, oder? So. Das ist, glaube ich, die traurigste Geschichte aus der Grundschule, die ich überhaupt jemals gehört habe. Aber ist es nicht ein bisschen bittersweet? Ja. Also ich denke mit Freunden an diese Geschichte zurück. Und wollen wir nicht alle... Was wurde aus der Dame, die das Bussi gekriegt hat? Ja. Also, das ist immer echt schwierig, wenn man quasi live auf Sendung ist, weil meine Gedanken sind eigentlich immer schmutzig und gemein. Ich versuche eigentlich gegen meinen natürlichen Reflex anzukämpfen in der quasi... Das ist die unterdrückte Liebe, die aus dem Dominik spricht an dieser Stelle. Ja, wahrscheinlich. Ich bin einfach nur verbittert, Philipp. Ne, der geht's gut. Ich möchte die Ärzte zitieren. Feige, dreckig und gemein. Ja, so müssen Podcaster sein. Ich dachte, Claudi hat einen Schäferhund. Oh Gott. Okay. Ich glaube, in diesem Sinne, vielen Dank, Björn. Schöne Grüße an Claudi. Fresse wird's nicht mehr. Von daher, ich wünsche allen einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Einen schönen guten Tag auf die Arbeit. Egal, wo ihr gerade da draußen zuhört. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und vielen Dank. Philipp, willst du nochmal die Regeln erklären zum Abschied? Oh ja, gern. Sehen jedenfalls auch eine Person, die nicht mehr umschlussend schweilt. Außer es gibt Gäste, dann gibt es Sonderregeln. Ciao. La, 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 la. Ciao. Ciao. Ciao.